Der Vierpfeile Schießer 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 Ne, so schnell bin ich nicht Oh, auf Levelaufstieg Halskette der Macht gefunden Was macht die? Schwimmt der? Ne, der fällt runter, der Würfel Erhöht den Schaden Erhöht den Schaden Erhöht den Schaden Warte, soll ich dich reinschieben und du springst da? Ja, das ist eine Möglichkeit. Och, ich spring. Nee, geht nicht. Und weiter hast du geguckt? Geht's nicht, oder was? Da waren nur Kisten, die hab ich schon aufgemacht. Geben wir mal grad den Zauberer ab. Ich konnte jetzt nicht wechseln, oder was? Nee, geht nicht, weil wir nur einen... Ah, jetzt hat das gemacht. Die schwimmt oben. Jetzt haben wir auch wieder einen Krieger. Okay. Ich hab ihn. Und los, stürmen. Geht wieder nicht. Super. Direkt auf Boltejagd wieder gehen. Erfahrung. So, jetzt kannst du hoch. Wie kann ich... Achso, ich muss den Ding ins Nehmen, ne? Oh! Da ist ein Regenbogen. Okay. Ja, aber warum will der Controller denn nicht? Das ist ja auch so ein doofes Ding, ne? Kann ich das hier irgendwo verändern jetzt? Ne, ne? Nee. Okay, ich seh... Ich seh wieder potenzielle Beute. Oh oh. Au, hat er geschrien. Ich bin tot. Ich bin tot. Jetzt bist du da unten gespawnt. Ja. Ja. Okay. Wenn du weg bist, kann ich dann sprengen. Hm. Hm. Was wolltest du machen? Die klappen immer hoch und runter? Das ist Blödsinn, weil ich muss da auch mal her. Ne, da unten war Erfahrung. Ja, da unten ist tot. Ja, egal, kann es wiederkommen. Hier ist ein Checkpoint. Okay, gut, dass ich da rübergekommen bin. Ah, jetzt spawnt der auch noch an der falschen Stelle. Okay, nochmal tot. So, Levelaufstieg steht da. Das ist doch bestimmt giftig hier. Ja. Okay. Warte, ich hole noch gar das Leben zurück. Obwohl, ich hab gehört, Gamer haben kein Leben. Ich weiß jetzt nicht warum, aber entweder mein Controller ist leer alle oder so, von der Batterie her. Das könnte vielleicht noch sein. Weil der lief jetzt auf einmal von ganz alleine da weiter. Das hab ich gesehen. Über den Bach konnte ich eigentlich schon immer sprengen. Ne, da komm ich nicht hoch. Warum nicht? Doch, du musst A gedrückt halten. Tatsächlich. Da springt der ein bisschen höher. Ich will immer zweimal springen. Ne. Ich drücke immer zweimal, das ist wohl verkehrt, ne? Was sind das denn hier für glitzernde Dinger? Kann man hier aufsammeln? Hey, hier ist grad nix los, wa? Ne, ah, neues Level. Leise. In dem Baumstamm. Mhm. Die Nacht brach sehr schnell heran, eingeleitet durch die Macht des Bösen. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor das Unvermeidliche passieren würde. Aber bislang war der Wald stärker als seine Einbringungen. Vielleicht, weil die Artefakte in der Nähe erschaffen wurden. Es gab noch Hoffnung. So, Hoffnung gibt's immer. Klar, Start. Klar. So, was ist hier jetzt los? Keine Ahnung. Oh, ich weiß, was ich machen hier kann. Oh, da fällt ein Giftgasangriff, ist hier unten, oder was? Stereo springen, hast du gesehen? Synchronspräck. Oh. Ach, ich bin der Mann, ja. Und mich hat er erwischt, ist klar, ne? Da oben ist nur einer, kriegst du denn? Ja. Ach, ich komm da nicht hoch. Da muss ich halt wieder... Okay. Da muss ich halt wieder auf die... Hoch, oh, da. Hier ist irgendwas. Kommt noch einer, ne, ne? Doch. Ist hier irgendwas? Ne, ne? Ah, da geht's weiter. Das Licht. Shit. So, ich häng mich jetzt hier dran und du gehst da hoch. Okay, ich bin oben. Schaffst du den Zauberer? Warte. Ich würde das erstmal ein bisschen runter. Geh doch drauf. Kannst du jetzt? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Klappt. Ein dunkler Level, wa? Ach, wir müssen da oben rüberspringen, ich sehe schon. Oh, super, das hat gut geklappt. Ah, danke. Das war jetzt Teamwork. Teamwork bis zum Tod, ist klar. Oh, Teamwork bis zum zweiten Tod. Oh, ich glaube, ich schaff's nicht. Ich auch nicht, doch. Oh. Hier ist eine Kiste, die sollen wir aufsammeln. Da komme ich drauf weiter. Ich sehe nicht, wo es da weiter geht, so ein Shit. Ach, warte, hier muss ich ein Checkpoint. Ja, ich sehe nicht, wo es da weiter geht. Geht's unten weiter oder wo? Ist so dunkel hier. Ach, da ist noch so ein Teil. Jetzt habe ich es geschafft. Ich glaube, die wollen, dass wir das hier aufsammeln. Okay. Das kommt da voll nah ran. Aber ich mache das jetzt nicht. Ja. Oh, das war Katapult. Okay, dann öffnen. Okay. Da ist bestimmt irgendwas wichtig. Sturm Mama für Ritter gefunden, okay. Das ist doch wieder was für dich. Genau. Und der ist schon eingesammelt, da hinten. Und dann kann man auch gleich schon steigern. Geht noch was zu steigern? Nö. Ich habe den auch schon direkt gesteigert. Also, der macht. Blitzschaden, denke ich mal. Und. Ja. Der kann Eisen, Holz und Knochen zerbrechen. Und kostet ihm halt Mahnung. Okay. Ja. Das sieht lustig aus. Hatten wir gerade ein Checkpoint, ja, ne? Ja. Kannst ja noch gerade die Wand zertrümmern. Äh. Waffe wechseln? Da oben. Sieht irgendwie alles gleich aus. Das ist ja eine Fähigkeit. Ich kann ja hier auch zwischen. Ja. Super. Bei mir geht das nicht. Sag mal nochmal. Nee, bei mir will das nicht ändern. Ja, du hast da eine Fehleinstellung. Das sieht doch cool aus. Oh Mist. Na ja, ich glaube, wir beenden aber jetzt erstmal die Folge. Ja. Würde ich auch sagen, ne? Haben wir einen Checkpoint hier gehabt, oder was? Oh ja. Ist vielleicht sinnig. Ich bin gerade tot. Okay. Dann würde ich sagen, soll es... Ja. Soll es für diese Folge reichen? Wir bedanken uns recht herzlich. Fürs Zuschauen. Und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Boom. Tcomp. Soll es immer wieder hin? Wenn ihr von... ...tippt undieter auch. Näeil.